Dynamo TV wird präsentiert von Verticales, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Matthias Greiche, Dynamo Dresden. Grüß dich Matze, hier ist Stefan vom Fahrradgeschäft der Dynamo. Stefan, grüße. Du, ich habe die ersten Räder hier fertig. Das ist ein perfektes Timing. Wir haben nämlich morgen Vormittag die Zeit und könnten die Räder holen. Ich würde vielleicht sogar zwei Spieler, Panna und Paul Wilm mitbringen. Die wollten sich ihre Fahrräder nochmal richtig einstellen lassen, beziehungsweise eine Durchsicht machen lassen. Und dann würde ich mit denen morgen Vormittag zu dir kommen. Okay, super, da freue ich mich. Guten Morgen. Hallo Matze. Morgen Stefan. Moin. Schön, dass die Räder fertig sind, dass wir im Frühjahr wieder anfangen können zu radeln. Was ihr gemacht habt, beziehungsweise was du an den Rädern, die du auch Vordermann gemacht hast, wirst du uns ja gleich zeigen, denke ich. Dann lasse ich dir die Jungs hier. Ich muss zum Training. Und wir sehen uns. Wir gehen mal in die Werkstatt jetzt hinter. Da zeige ich euch mal die Räder. Wie sie geserviced werden. Hier ist unsere Werkstatt. Hier sind nochmal zwei Räder von euch. Wir arbeiten noch dran. Hier ist unser Mechaniker noch am bergeln. Er baut jetzt gerade das Hinterrad für euch ein. Das ist ein Standard-Routine-Check für alle Schrauben, Bremsen, die Schaltung, Schaltung einstellen, Lenker, die Armaturen werden nachgezogen, dass alles fest sitzt, die Gabel, dass das alles fest ist und perfekt eingestellt ist. So, hier haben wir unsere Helme. Okay. Den sollte man natürlich beim Radfahren aufsetzen. Schauen wir mal, ob der hier passt von der Größe her für dich. Ja. Das sieht gut aus. Sehr schön. Stell ich dir den mal ein hier. Kann locker, sollte nicht zu locker sein, nicht zu fest. Und hier hinten das Verstellrädchen, das könnt ihr selber drehen. Okay. Einstellen, dass es relativ fest ist, nicht zu fest. Sieht gut aus, super. Ja, passt. Fühlt sich gut an. So, Jungs, hier stehen eure fertigen Räder. Fertig aus dem Service, aus der Werkstatt. Kommen wir gerade her. Sehr schön. Können Sie uns dann noch die Größen zeigen oder uns zeigen, wie wir die am besten einstellen, dass die für jeden einzelnen Spieler dann auch passen? Gerne. Dann schnappen wir uns jetzt mal hier eine L. Machen ein bisschen Platz. Und schauen wir mal, wie wir den Sattel für euch eingestellt kriegen. So, den Sattel stellen wir auf Hüpfknochenhöhe. Das ist Standard hier. So, versuch mal drauf zu steigen. Ist gut eingestellt so. Gestrecktes Bein mit der Ferse. Das ist echt, so ist es super. Ja? Sehr gut. Hier haben wir noch ein Parade für dich. Natürlich die richtige Größe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Wir auch. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Rädern. Viel Erfolg. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Vielen Dank für die Einstellungen. Diese ganzen neuen Infos. Danke dir. Bitteschön. Top. Dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.